Hallo Leute, falle mal am Weekend auf, es ist eine Warrmarsch, ja, wir warten, Jenny ist auch da. Ist es schlafen? Nein. Ja, yes. Wir warten gerade, wir sind die Ersten, toll, ja, wir sind die Ersten, wir sind die Einzigen, die pünktlich sind, wurde uns gerade gesagt. Ja, hätte ich gerne mal länger geschlafen, würde ich sagen. Ja, das ist die Ersten, ja, ja, noch nie, noch nie. Ja, hier war es auch nicht mal spät, krass eigentlich. Ja, und jetzt soll ich da über einen roten Teppich laufen, nö. Heile mich alleine, deswegen warte ich, glaube ich, dass andere Leute auch noch rum, damit wir alle gemeinsam laufen können, ist das Feuer und angekommen. Naja, wir werden sehen. So sieht es hier aus, hatte ich es feige an Schmack. Das ist Michaela, hast du nicht gerade getrockt, langgesprochen, oder hat sie sogar das Buch damals. Sehr, sehr, sehr toll. So süß aus, gell? So süß. Guck mal, was Jenny hat. Fenty Beauty, up to date. Das habe ich noch nicht mal. Das sind Wappelschau und der Kohlfaller. Ja. Vegan Baby. So geile Süßkartoffelpommes. Veganer, selbstgemachter Mayo, die auch voll gut schmeckt. Und dann so Falafelschiffchen, haben sie es genannt. So, wie so kleine, dünne Patties. Mit so einem Salat. Voll schön, ich liebe es jetzt schon. Wie ist deine Currysoße? Lecker. Das ist voll gut. Guten Morgen, Dortmund. Und tschüss. Wir fahren jetzt gleich weg. Wir sind schon fertig, haben geparkt. Und genau, wir fahren jetzt gleich wieder zurück. Jenny steigt in Köln aus. Ich fahre weiter nach Frankfurt. Zu Pichi. Und wir sind heute im Partnerlook. Schwarzer Pulli, weiße Shirt, schwarze Hose. Schwarzer Pulli, aber geiler Pulli. Guck mal, wie schön das ist. Das ist übrigens von Zara, voll hübsch. Weißes Shirt, schwarze Hose. Was soll das? Sieht doch aus, als würden wir irgendwas aufhören gleich. Kann man machen? Ja, so ist das auch immer mit meinem Freund. Wir sind immer im Partnerlook. Ja, er macht mir nach. Sind schon im Zug. Der kam schon früher. Und ich bin mal pünktlich. Ich bin voll pünktlich in letzter Zeit. Nur andere halten sich nicht dran. Ihr wisst Bescheid, letztes Mal und so. Ja? Die machen einfach das Feuer schon vorher aus. Hi, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich koche jetzt gerade was zum Mittag. Spaghetti. Weil ich nicht schon genug Pasta gegessen habe. Gestern waren wir ja beim Italiener, Jenny und ich. Aber egal. Pasta geht immer. Und wir dringen jetzt noch ein Video. Eine Kooperation, auf die ich mich mega freue. Kommt auch sehr bald. Dann werdet ihr dann sehen. Das ist so eines der coolsten Sachen. Also worauf ich mich echt sehr, sehr, sehr freue. Naja. Und gleich sind die auch ready. Ganz einfach. Also Spaghetti kochen. Dann mache ich so eine... Eher so eine Oliven... Also Oliven, was? Eher so eine Öl-basierte Soße. Mit Knobi. Ganz viel Knobi. Den werde ich erstmal so richtig anrösten. Damit das Aroma so ins Öl geht auch. Champignons. Frische Tomaten. Nur so ein bisschen zum Schluss so ein Petersilie. Das war's. Hey, Peach. Tada. Zehn Minuten fertig. Das liebe ich. Ich überlege gerade, ob ich ein Haul drehen soll. Also jetzt nicht hier. Oder hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich jetzt zusammen habe. Das wäre auch eher so ein Collective Haul. Ich überlege gerade. Ich habe einige Sachen in letzter Zeit gekauft. Weil wenn, dann würde ich das jetzt drehen. Das ist ja immer das Ding, ne? Mit dem Wetter zur Zeit. Mit dem Licht. Sehr überlichtet. So ist es gut. Aber ja. Es ist noch hell. Und ich hätte noch Zeit. Man muss sich ja immer jetzt beeilen, weil die Sonne so schnell untergeht. Und dann, ja, auch ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich mache das letzte Dreheizung. Ich habe jetzt eh sonst nichts. Obwohl, ich habe was anderes geplant. Habe ich gerade im Kopf. Aber ist egal. Ich werfe ja immer meine Pläne um, wie ihr mich kennt. Oh mein Gott. Plan geht gar nicht. Deswegen, wisst ihr, was ich mache? Ich schreibe jetzt meinen Terminkalender immer mit Bleistift. Ja? Mit Bleistift. Damit ich einfach radieren kann. Weil sonst sieht der aus wie sonst was. Manchmal kann ich gar nichts mehr lesen. Dann muss ich immer noch einen anderen Stift in einer anderen Farbe nehmen. Damit ich überhaupt sehen kann, was da noch hinkommt. Ja? Deswegen Bleistift. Das ist doch der beste Stift für mich. Naja. Ich glaube, das war es auch schon für diese Woche. War sonst nichts außer Stylorama. War eigentlich ganz cool. Also es ist mal was Neues gewesen. War eine coole Erfahrung, sage ich mal. Ja. War schon okay. Hat Spaß gemacht. Auch vor allem mit Jenny so das Wochenende zu verbringen. Ich habe sie auch schon so lange nicht mehr gesehen. War auch total cool. Einige von euch getroffen zu haben. Es sind doch einige. Also es waren doch ein paar da. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vor allem welche, die mich schon sehr, sehr lange geschaut haben. Habe einmal kurz mitgefilmt. Die schaut mich echt schon von Anfang an. Also wirklich. Und ich erinnere mich jetzt auch, als ich dann später, als sie mir ihr Bild auf Instagram gepostet hat, habe ich ihren Username gesehen. Und ja, ich erinnere mich an dich. Ich weiß, wer du bist. Du schreibst mir oft. Du likest meine Fotos, etc. Und das wirklich schon seit Jahren. Das weiß ich. Es fällt mir natürlich auch auf, wenn ich die Namen oft lese oder eure Bilder sehe. Dann, ja. Sehr cool. Ich finde es echt toll, wenn manche schon so lange dabei sind. Das ist echt nicht selbstverständlich. Aber auch toll, wenn neue dazukommen natürlich. Also, ja. An alle. Ja, vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.